Hi Freunde und nochmal Willkommen zu 7 Days to Die mit einer kleinen Ankündigung meinerseits. Ihr habt mitbekommen, dass die Folgen rund um 7 Days to Die nicht so oft von mir hochgeladen wurden oder zumindest nicht in einen Rhythmus wie bei zum Beispiel Tuck oder ich am liebsten auch machen würde. Also wenn mir ein Spiel wahnsinnig viel Freude macht, dann habe ich da auch wesentlich mehr im Repertoire und auch mehr Motivation und 7 Days to Die hat diese Motivation gerade durch die Zeit so ein bisschen verloren. Das liegt daran, dass einfach zwar neue Updates kamen, aber im Singleplayer sich hier nicht so viel tut, finde ich. Ich würde dem Spiel gerne noch mehr Zeit geben, bevor ich weitermache. Also die Zuschauer, die von euch, die jetzt nur 7 Days to Die bei mir geguckt haben, es tut mir erstmal leid, aber das Leben geht weiter. Aber ich habe von Anfang an mir immer überlegt, ich spiele das, was ich spielen möchte, was mir Spaß macht und wenn ich das jetzt hier spiele und keine Motivation dabei ist, dann macht es mir wenig Spaß. Das überträgt sich dann auch auf das Video und schlussendlich auch auf euch und das ist irgendwie nicht so mein Bestreben. Deswegen ist es hier nur ein kleines Infovideo über 7 Days to Die. Ich stelle mich mal so hin, dann kann ich auch die Hände von der Maus nehmen und bin ein bisschen freier. Aber ich werde das erstmal jetzt pausieren. Die zweite Staffel hat dadurch jetzt weniger Folgen als die erste gehabt. Das tut mir auch leid, aber es, wie gesagt, hat mich gar nicht so sehr motiviert mehr und das tut mir halt leid. Aber ich habe in der Hinterhand ein weiteres Spiel, was einige von euch sicher kennen, was sich aber als Let's Play auf jeden Fall lohnt. Und ich glaube, die Leute, die ich 7 Days to Die gerne gesehen habe, die werden auch an diesem Video dann Spaß haben, also an dem nächsten Spiel. Das wird eventuell auch schon morgen hochgeladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall damit dann auch dabei seid. Was es sein wird, lasst euch überraschen. Ich werde das jetzt nicht spoilern. Ja, und sonst kann ich nur sagen, dass das hier jetzt erstmal dann vorerst die letzte Folge war von 7 Days und ich mich auf die anderen Titel konzentriere. Und im Neujahr 2015 habe ich dann auch vor, einen Videoblog zu starten. Ab und an mal dann den Spieler hier vor die Kamera zu setzen und euch vorzustellen. Und ja, danke auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt immer bei 7 Days to Die dabei gewesen seid. Aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder Nachmittag oder was auch immer ihr gerade für eine Zeit bei euch habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.